Moin, der Wolfgang vom schönsten Nord Europas, Sankt Peter Ording mit Spielwaren Mondenkind von der Firma Smart Games. Ein neues, ein niegelnagelneues IQ Spiel in einem neuen Format. IQ Digits heißt es, die Ziffern von 0 bis 9 besitzt es, eine Fläche und sage und schreibe 120 Aufgaben. Hier ein Einblick. So, das sind sie, die einzelnen Bestandteile des Spiels IQ Digits. Wir haben die Spielfläche, den Deckel, der sich übrigens auch hervorragend wieder als Steinablagefläche gibt. Das heißt, ich bin tischunabhängig, ich kann das überall spielen. Die Steine, die ich noch nicht untergebracht habe, lege ich einfach so lange in den Deckel hinein. Ja, es sind die Ziffern von 1 bis 0. Ein Heftchen mit 120 Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, von Starter, Beginnend bis Master und Wizard. Wir nehmen jetzt in unserem Beispiel einmal die Aufgabe 33, eine Junioraufgabe. Wir haben hier vorne dieses Bild etwas vergrößert. Ganz am Anfang, so viel sei vorweg noch gesagt, sind diese Felder hier ohne Zahlen. Das kommt erst im Laufe der Aufgabensteigerung hinzu. Aber anhand dieses Beispiels möchte ich euch jetzt das Prinzip erklären. Ihr seht hier diese einzelnen Felder. Wir haben vier mal fünf Felder. Jedes Feld hat vier Kanten. Dieses auch. Eins, zwei, drei, vier. Dieses Feld gibt an, dass die Summe der hier anliegenden Ziffern eine 10 betragen soll. Die Summe der hier anliegenden Ziffern eine 11, eine 13 und eine 10. Und auch hier ist noch angegeben, wie sich diese einzelnen Elemente aufteilen. Das heißt, du siehst hier, das ist eine. Eine Ziffer. Und dieser Teil gehört zu einer anderen. Wir sehen hier diese Trennbalken. Das ist am Anfang gegeben, ist etwas einfacher. So, dann schauen wir mal. Die 1 ist vorgegeben, sie liegt hier. Die 8 kommt hier vorne hin, ist ebenfalls vorgegeben. Und die 6, ihr erinnert euch, hier vorne, dieser kleine Balken sagt, das ist unten. Dadurch bedingt ist das die 6 und das die 9. Die 6 kommt hier hin. Auch haben die Steine auf der Unterseite diese Längsrillen. Die passen genau hier in die Führungen hinein. Dadurch verrutscht es nicht. Ja, schnappen wir uns. Fangen wir hier unten an. 11. Dort soll also eine Ziffer hin. Eine Ziffer, die mit der 8 zusammen eine 11 ergibt. Ja, was soll das sein? Die 3 natürlich. Hier ist die 3. Wie können wir die 3 da hinlegen? Ja, genau so. Und du siehst, dieses Element ist dieses Element. Hier muss eine 10 hin. Und das mit einem, mit einem Element, das wäre die 9. Die kommt hier hinein. Hier haben wir ein Element und dieses Feld ergibt 9 plus 1 macht 10. Hier vorne ein Element mit der 10. 8 haben wir da. Es kann sich nur um die 2 handeln. Und ein Element 10. 2 plus 8 macht 10. Und hier haben wir eine 13. Die 6 liegt da schon. Also muss es sich um die 7 handeln, die hier hinein kommt. Die restlichen Elemente fügen wir so hinzu, wie es der Platz zulässt. Und Aufgabe 33 gelöst. Zwei Kanten bleiben immer frei. Stück für Stück werden die Aufgaben schwieriger. Stück für Stück werden die Aufgaben schwieriger. Alle Lösungen sind selbstverständlich hinten mit eingetragen. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Bleibt gesund. Habt eine schöne Zeit. Der Wolfgang vom schönsten Ort Europas. Sankt Peter Orning.